Moin Freunde der Sonne! Hallo! Nach knapp zwei Monaten, anderthalb Monaten, ich bin mir nicht ganz genau sicher, ist es soweit. Der dritte Teil von unserem Quiz-Duell. Lisa und ich haben uns heute wieder zu einer wunderbaren Serie. Mehr oder weniger für die meisten wunderbar, für manche vielleicht nicht so. Wir haben uns ein Quiz rausgesucht mit, ich glaube, zwölf Fragen. Und wie schon in den letzten beiden Folgen, treten wir wieder gegeneinander an. Wer die meisten Punkte hat, holt sich den Punkt. Genau, wir haben jetzt hier schon mal auf unserem Handy die Quiz-Seiten geöffnet. Und wir werden heute ein Quiz von Vampire Diaries machen. Wir haben die Serie schon, ja auch keine Ahnung, zwei, dreimal bestimmt zusammengeschaut. Ich habe sie vielleicht auch schon ein bisschen öfter geguckt. Also ich gehe auch stark davon aus, also Harry Potter und Game of Thrones, weil ich auch voll drin immer. Aber ich gehe davon aus, dass ich bei Vampire Diaries schon ein paar Lücken habe. Du eventuell nicht, aber du kannst mal sehen. Ja, wir werden sehen. Ich will vorher nichts sagen. Sonst ist es wieder nachher peinlich. Let's go. Erste Frage. Warum tötet Demon Lexi in der ersten Staffel? Okay. Ich habe meine Antwort. Ich auch. Drei, zwei, eins. Korrekt. Ja, ich auch. Antwort A natürlich, es gehört zu seinem teuflischen Plan. Dabei jetzt, glaube ich, in dem Fall nicht unbedingt um den teuflischen Plan, sondern einfach bloß mit dem lauen Zitat, was er sagt. Ja. Als Demon ihn fragt, warum es sein musste, dann sagt Stefan ihn. Nein, Lexi fragt. Während sie stirbt, fragt sie noch so, warum. Und dann gehört zum teuflischen Plan. Stimmt. Aber egal, wusste ich trotzdem. Punkt ist Punkt. Ob die Begründung stimmt, ist mir wumper. Nächste Frage. Ab welchem Moment wusste Elena, dass sie Demon liebt? Ja, das ist so eine Frage. Ich weiß es. Drei, zwei, eins. Ja, ich weiß nicht. Das ist so ungerecht. Ich weiß es. Also, ich weiß eigentlich alles über Demon und Elenas Beziehung. Deswegen kann ich bei den Fragen eigentlich gar nicht reinscheißen. Aber, dass du das jetzt richtig redest, ey. Das ist so typisch. Naja, es war eigentlich nur eine 50-50 Wahl zwischen B und D. Weil, seit sie den Oberkörper frei sah, ist weird, aber keine Begründung oder keine Antwort. Sie wussten es schon immer. Es ist auch lost. Ja. Ja, okay. Jeder zwei Punkte. Dritte Frage. Ja, okay. Ich weiß es auch. Drei, zwei, eins. Ich hab's richtig. Ja, scheiße. Wiss ich nicht, dass sie ein Vampir war. Ach so, was hast du angeklickt? Na, nur eine Hexe. So. Damon verwandelt sie doch in ein Vampir, als die Mutter von den Urvampiren versucht, die alle gleichzeitig zu töten. Und die wollen das ja verhindern. Und sie nutzt die Kraft von der Bennet-Linie. Und deshalb muss sie die unterbrechen, indem sie die Mutter halt tötet und zu einem Vampir machen lässt. Mhm. Drei, zwei. Drei. Vierte Frage. Wie heißt Demin und Stefans Mutter und in welcher Staffel taucht sie auf? Ja, ich hab nächstes. Ja, ich hab. Gut. Drei, zwei, eins. Also den Namen hätte ich nicht unbedingt gewusst, aber ich wusste, dass sie erst frühestens in der sechsten Staffel oder so aufkreuzt. Gut. Vier, drei. Drei. Wie alt war Stefan, als er zum Vampir wurde? Da bin ich mir tatsächlich direkt sicher, da weiß ich zu 100%. Ich auch. 14. 10. Ja. Ja. Next one. Fünf, vier. Sechste Frage. Wie heißen die Urvampire? Ja, auch einfach. Ne, gut. Drei, zwei, eins. Richtig. War jetzt tatsächlich auch wieder eine sehr leichte Frage, ne? Also es waren jetzt sechs von zwölf Fragen. Bisher noch nicht ganz so schwierig, muss ich sagen. Aber wir warten erst mal ab. Sechs, fünf. Wo wurde Katharine geboren? Drei, zwei, eins. Ja. Ich hab kurz die Struggle zwischen Rumänien und Bulgarien, aber Rumänien ist... Ne. Okay, sieben, sechs. Achte Frage. Wie viele Gründerfamilien gab es? Ach, da muss ich hier immer kurz nachzählen im Kopf, so. Na gut. Ich glaub, ich weiß es, aber ein bisschen mich mir diesmal vielleicht auch unsicher. Ich auch, weil ich weiß nicht, ob ich ihn verjessen habe oder welche zu vielen antrage. Ja, das ist, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, welche Familien wirklich zu den Gründerfamilien gehören. Ja, werden wir sehen. Drei, zwei, eins. Ja, okay. Ich hab nicht, also ich hab fünf, ja, aber sieben hätten nicht zusammengekriegt. Aber ich hab nur zwischen fünf und sieben gestruggelt. Hast du eine Tippfinale? Ich hab sieben angetippt. Ich hab auch zwischen fünf und sieben. Ja, sieben, sieben. Na gut. Na gut. Wer war der erste Hybrid? Okay. Ja. Drei, zwei, eins. Ich hab schon mal gesehen. Ja, also. Klaus ist halt der Urhybrid, ne? Ich dachte, er ist Tyler. Ich hab doch fast Tyler getippt, aber manchmal gedacht, nö. Nö. Acht, acht. Wer war die erste weibliche Doppelgängerin? Wohin führt das vollständige Tattoo eines Mitglieds der fünf? Ich hab auch eine Vermutung. Okay, ich hab auch eine Vermutung. Okay. Drei, zwei, eins. When you try your best. Was? Wer soll das sein? Hä? Hat man von der Umgang mal was gehört? Ist aber nicht Katja oder so, ne? Und das ist irgendwie der englische Name? Nee, nee. Acht, acht immer noch. Nächste Frage. Wohin führt das vollständige Tattoo eines Mitglieds der fünf? Ja, okay. Ja, die Frage ist jetzt wieder... Die ist wieder einfach. Drei, zwei, eins. Yeah. Ich mein, da geht fast die ganze Staffel drum, ne? Ja, das ist so ein krasses Hauptthema, was so wichtig ist irgendwie. 9,9. Was denn? Letzte Frage. Letzte Frage, Mann. Was ist ein Heretiker? Wow, ich dachte, jetzt kommt eine komplexe Frage, wo man vielleicht... Ja, okay. Drei, zwei, eins. Juhu. Hexe und Vampir zugleich. Jut. Okay, das war's. Wir haben jetzt beide... Zehn Punkte. Es geht nach welchen Punkt? Das heißt, zwei von drei. Echt? Zwei von drei? Mann, du ziehst ja durch. Ich dachte, du sagst noch, okay, eins, eins oder so. Eins, null, ja. Drei, zwei, eins. Okay. Nee. Das gültet nicht. Einfach bei einem Unentschieden. Also steht immer noch eins, eins. Eben Quiz kommt auf jeden Fall noch. Ja, wir machen noch mal eins. Wollen wir mal schauen, welche Serie oder welcher Film. Eigentlich haben wir schon so viel zusammengeschaut, da ist bestimmt noch was dabei. Ich glaube, wir können auch... Wir wollten auch noch mal die Bibliothek-Kussdinger. Das waren doch über 100 Fragen. Da können wir auch noch mal eins von machen. Deswegen, wir haben das Video gerade auch so komplett spontan eigentlich gedreht. Merkt man bestimmt voll. Ich hoffe nicht. Falls wir ein bisschen fertig aussehen. Wir waren gestern bis um drei Uhr nachts wach, um Temptation Island zu gucken. Weiß ich nicht, ob das jetzt so erwähnenswert ist für das Video. Ja, nur falls meine Augenringe jetzt so doll aussehen, dass man sich nicht wundert. Und ich habe die Cappy auf, weil meine Haare auch richtig fettig aussehen. Deswegen, soviel zum spontanen Video. Ich sehe eigentlich gar nicht so für ein Video bereit aus. Aber wir wollten das jetzt kurz machen und... Nichtsdestotrotz, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ja ein Like da. Abonniert dieses Kanal. Und... Kommentiert. Teilt. Screenshottet. Fährst das Handy hoch. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao. Und was war das? So ein richtiger Doppiwinker auf meiner Ohr, guck mal meine Hand, hä? Äh, eigentlich mach ich... Okay. Eigentlich mach ich immer so. So, ciao. Und dann mach ich so... Psst. Cut. Psst. Psst. Du bist ja. Dann hab ich mal mit. Ich lass mich auf meine Hand, das Schnell. Bis dann, wie ich jeden Tag. Und dann hab ich dir. Du bist ja. Vielen Dank.